Und damit jetzt wir kommen zurück zu Sniper Elite 3, den DLCs mit Micha und dem Fisch. Hallo. Wenn es gleich nochmal knallert, mache ich den... Ich kann den nicht wegmachen. So, kann ich den Buben eigentlich auch schon von hier aus sehen? Nö. Sehr schade. Micha, wurdest du gerade schon wieder laut? Nö. Okay. Noch nicht getroffen. Gut. So, wir könnten den jetzt natürlich schon wieder wegradieren hier von oben. Wie ist das überhaupt so klug? Dann haben wir vor sieben Minuten Zeit. Na eben. Das war wo er entdeckt. Aber wie? Nein, keine Ahnung. Ich glaube, wir lassen das erstmal mit dem wegmachen. Dann kümmern uns erstmal um die anderen Buben. Aber wir kommen hier nicht weiter, ne? Ah, okay, ja, warte. Dann haben wir jetzt gleich sieben Minuten. Doppelkill. Sniper irgendwo. I guess. Schalt die Bedrohung für Churchill aus. Eins. Ich gehe hier mal runter. Hast du wieder den Panzerwerfer? Also hier in den Dingens? Noch nicht. Schade. Oh, ich habe nicht getroffen. Ist mich so gut. Vielleicht müssen wir die Minen auch kaputt machen? Ne, ne. Das sah so aus, als ob wir eine legen müssten. Ja, dachte ich auch. Aber vielleicht liegt da auch eine, wir müssen sie kaputt machen. Wo hattest du denn den Panzerschreck eben her? Hier unten bei mir. Ah, okay. Oh Gott, der Panzer steht. Shitty. Ich habe auch einen. Ich habe hier einen Haufen Leute, die mich spotten. Ja, Sekunde, ne? Ich helfe dir gleich mal ein bisschen. So, der eine ist fort. Ich habe noch einen kalt gemacht. Ich würde mit der Panzerschreck direkt mal auf den Bruder hier schießen. Der hat einen Milzriss, glaube ich. Legitim, kein Plan, wo die Milz ist, ne? Du warst in der Drehung, als du auf mich geschossen hast. Erzähl doch keinen Scheiß. Ich habe Dynamit, ja. Wenn der nämlich auf dich. Oh, du wirst halt echt nicht weit, ne? Ich bring dich auf, du! Ich habe ein Problem. Schnauze. Ich habe mich halt gerade geheilt. Ja, was war das? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich habe Dynamit in den Panzer geworfen. Der Panzer hat sich dann, der hat sich, äh, dann einer spontanen Verpuffung, ne? Da liegt einer. Ah. Da lag nicht nur eine. Zwei. So, zwei von drei. Und wo ist die dritte? Müssen wir wahrscheinlich noch finden, ne? Noch mehr Minen. Ach, da oben. Da hinten, ja. Ach, scheiße. Ich glaube, die ganze vernünftige Waffe, ne? Ja, die dumm. Oh, ein Doppelklang. Ein Doppelklang. Ich gehe hier mal hoch. Was hat denn der, eine Grabenflinte? Achso, wir haben schon wieder endlos Zeit. Michael. Wir haben eine Grabenflinte. Und andere Spieler. Gehst du oben lang, dann gehe ich oben lang. Ja. Cool. Kann ich dich ein bisschen decken. Pass auf, Traps. Boom. Schieß auf, wenn die den Weg blockieren. Ah, da hinten. Wie sieht man die? Sind die auffällig, oder? Ja, ja. Ja, siehst du. Ach, wir kommen einfach am gleichen Punkt raus. Hallo, Fürch. Hallo, Millioner. Ich komme, dass du irgendwo draufsteppst und dann macht es Boom. Ja, ich gucke überhaupt nicht nachdem, da ist eine. Gut, dass es nicht mehr zeitgeschränkt ist. Sind schon gut zu sehen. Ja, schon okay. Sagt dir und step gleich in einer. Was ist hier noch? Gar nichts, okay. Ach, doch, Munition, okay. 30 Schuss für Springfield abgeschlossen. Mein Daumen hält sich. Aua. Entdecken Sie vier feindliche Fallen, ohne sie auszulösen. Naja, also. Ausgelöst habe ich die schon alle, aber. Nicht so wie intendiert. Hallo. Was bist du denn für einer? Er spielt einfach Ritter. Der darf nicht einfach wie Assassin's Creed. Gut, ich gehe immer auf eine erhöhte Position. Ja. Nee, hinlegen wollte ich mich nicht, danke. Ich gehe hier weiter durch. Schon wieder fast selbst umgebracht. Ach, da hinten. Ja, haben mich gesehen. Ich ihn aber nicht. Ach, da. Der hat Knie wenig auch. Das ist ja langsam auch die Frage, sind wir wieder normale Gegner? Ja, weiß ich nicht. Ich bin da gerade lange laufen und hat es flumm bumm gemacht. Ah, du möchtest sagen, du hast eine Mine übersehen. Ja, du auch übrigens. Aber. Hab schon nicht ausgerüst. Kann man hier irgendwo unterbrechen? Wieso? Weiß ich nicht, mein Darm meldet sich gerade so ein bisschen. Also so, wir können kurz Pause machen, wenn du möchtest. Ja, lass mal kurz Späuschen machen. Wir haben ja jetzt gerade kein Zeitlimit. Dann bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder. Nichts passiert in der Zwischenzeit. Ich würde sagen, machen wir mal weiter. So, hey. Schrei da nicht so laut. Dann gläuze uns genau ein. Ich weiß. Ja, gibt mir auch direkt eine in die Fresse. Jetzt nicht mehr. Aber schießt noch eine auf uns, ha? Hätte ich auch gesagt. Ich habe es da gerade irgendwo blitzen gesehen Du, ich habe es blitzen gehört Keine Ahnung, vielleicht war das auch nur ein verzögerter Schuss von ihm Oh, direkt vor uns ist einer Oh, moin Oh, ich wollte den Abstech Ich würde oben lang gehen Ja, dann bleibe ich hier unten So, jetzt Lockvogel, ich warte aber mal ganz kurz, bis du auf meiner Höhe bist So ein bisschen Misty hier Boah Aber sehr wenig Ich finde das Terrain ganz cool Ja Mit den Brücken und den unterschiedlichen Seiden und die Steine Und hier geht es nicht weiter Ah doch Hallo Okay, da darf ich nicht auch, gut Ich würde übrigens legitim keine Ahnung, wo du bist Oh, mich hat einer gesehen, ich weiß nicht von wo Er scheint von da Von wo? Weiß ich nicht Wurde ich auch nicht Oh, auch nochmal Ich sehe hier oben Ah, da ist einer Irgendwo direkt vor mir ist einer Da ist auch nochmal einer Pfff, da oben ist einer Achja Ich habe gerade Fragen, trefft ihr euch gegenseitig nicht? Ich bin tot Das ist scheiße Ich habe nicht ganz woanders Keine Ahnung von wo Ich versuche zu dir zu kommen Aber es wird nicht klappen Also schießt doch keiner mehr auf mich Der da wird es nicht gewesen sein Ah doch, das schaffst du Kannst da drüben einfach über die Brücke Und dann bist du schon bei mir Da irgendwo müsste einer stehen, aber Hast du noch eine halbe Minute Zeit Natürlich kann ich hier nicht hochlaufen Ne, du musst ein Stück eine Runde Hier genau Oh, Tag Siehst du, alles easy Ich glaube tatsächlich, dass er einen Schuss noch connected hat Okay, spring halt nicht Irgendwo direkt vor mir müsste einer sein Alles klar Meine Grabenkanone hat keine Chance gegen seine Pistole Wo bist du draufgegangen, du scheiße Nicht weit weg Ich wollte den Russian Oh, wie gesagt, meine Grabenkanone hat sich gesagt Ist er tot? Ja, der liegt da im Drecke Vor dir Ah, da oben ist noch einer Okay Oh, ich schieße gerade einfach auf den Pfeiler Schnarze Okay, da hinten ist noch irgendwo einer Da in die Richtung Ausschalten Ich habe keine Munition mehr für den Panzerschreck Ah, da unten steht er Jetzt steht er nicht mehr Okay Okay, was genau soll ich jetzt hier tun? Ausschalten Hier ist keiner Wahrscheinlich sollten wir die in der Umgebung hier weg machen Ja, ab zwei gesehen Nein Kein Neustand hier irgendwo, meine ich Happen Nein, ich sehe keinen Ich werde wirklich gar keinen Bei mir ist noch einer Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wo Irgendwo über mir müsste der rumlangern Ah ne, doch über mir Ja, ich habe ihn gesehen Ja, alles klar Irgendwie schieße ich Bin gleich, danke Ihnen in den Arsch, alles klar Ich habe Hauptvogel in den Arsch geschossen Ich habe den Endboss einfach in den Arsch geschossen Hm, wer denn da auf mich gezielt hat Level 24 geworden Technical Sergeant Mark III Ich bin sehr gern Sehr gern Ich bin ja im Endeffekt auch noch ein sehr gern Aber ein Technical sehr gern Ja Oder ein Technikal Oder ein Technizahl Also ich habe nur 23 Kills gemacht Äh, 37 Boah, ne Haben wir geschafft, würde ich sagen Ein Kriegsteigerbuch und ein Weitschuss fehlt mir Ähm War es das? Das war es, ne? Ja, bring den Hauptvogel zur Strecke Sehr schön Damit haben wir Die DLC ist von drei abgeschlossen Ich würde sagen Übermorgen Oder Montag Ich weiß nämlich nicht ganz genau Welcher Tag das hier ist Sehen wir uns Äh Zum vierten Teil Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Und bis dahin Tschüss Tschüssi Tschüssi Tschüssi